Ich begrüße Sie hier zu Volume 4 des Videoeditionsprogrammes Pinnacle Studio 26. Mein Name ist Mick Nowki und ich werde Sie durch diesen Kurs wie immer begleiten. In diesem Kurs werden wir gezielt auf die Maskierungen eingehen, sowie eigene Alpha-Masken ins Programm importieren und nutzen. Wir beginnen mit den grundlegenden Maskierungsfunktionen unter Pinnacle Studio, die bereits im Programm enthalten sind und welche tollen Möglichkeiten, allein diese Funktionen bereits mit sich bringen. Wie wir hier bestimmte Teilbereiche ganz besonders schön einfärben können und andere Teilbereiche wiederum komplett davon ausnehmen können, wir werden dem Himmel einen Glitch-Effekt verleihen und dieser erstellt uns einen mystisch wirkenden Effekt. Wir werden die Basiseinstellungen der Maskierungen unter Pinnacle Studio noch einmal intensivieren, Form und Feld anwenden und dieses nach unseren individuellen Bedürfnissen bearbeiten und das Gesicht einer Person somit mit Rand und Schärfe versetzt in den Himmel legen. Wir werden zudem eine bzw. zwei Hände im PNG-Format dazu nutzen, eine Maskierung unter Pinnacle Studio anzulegen, die uns in der Handfläche ein Bildmaterial, natürlich geht das auch mit Videomaterial, dann darlegt. Nachdem wir dann die bereits enthaltenen Maskenfunktionen unter Pinnacle Studio besprochen haben, werden wir darauf zu sprechen kommen, wie wir eigene Alpha-Masken zusätzlich im Programm nutzen können. Hier werden wir diverse Masken, die Sie auch an bei zu diesem Volume finden, nach und nach Form für Form bearbeiten und wir werden Ihnen zudem erklären, wie Sie es schaffen, dass diese neuen Alpha-Masken, die Pinnacle Studio noch nicht in der Standardversion enthalten hat, trotzdem im Programm enthalten sein können, sodass Sie diese direkt dort vorliegen haben, um diese ganz einfach importieren zu können. Natürlich werden wir jede dieser Alpha-Masken dann auch noch in spezieller Art und Weise nutzen und zum Beispiel eine Bauchbinde damit erstellen, auch Lower Third genannt. Wir werden diese Bauchbinde farblich abwandeln, ihr einen Rand geben, unschärfen hinzufügen und natürlich einen Lauftitel wie bei News hindurchlaufen lassen. Und wie wir das mit unserem Hintergrundmaterial in Abstimmung bekommen, erfahren Sie von uns in diesem Volume. Wir werden nicht nur ein Beispiel zu den Alpha-Masken machen, sondern der Fokus wird darauf liegen. Wir werden Alpha-Masken, die bekanntlicherweise schwarz-weiß erscheinen, in diversen Farben nicht nur einfärben, sondern auch mit Keyframes die Farben animieren lassen und wie Sie es schaffen, dass diese Maske natürlich nicht mehr als Alpha-Maske erkennbar ist, sondern transparent, das werden wir Ihnen genauestens erklären. Aber wir werden auch Titel anwenden und diese Formen darauf nutzen. Wir werden den Text animiert einfliegen lassen und wie auch der 3D-Editor für die 3D-Titel und der Pinnacle Studio funktioniert in Bezug auf seine Keyframes und Reiter sowie Hebel und Schalter. Das werden Sie anhand einer intensiven Lektion zum Thema Waldausflug gewiss verstehen. So werden wir auch hier mit den farblichen Komponenten spielen, die dann am Ende eine kinowürdige Animation darstellt, um zum Beispiel einen Urlaubsrückblick, Waldausflugsrückblick oder was für Rückblicke Sie sonst planen zu erstellen. Sie werden also genaueste Anleitungen für Intros oder Rückblicke erhalten und wir werden auch hierfür wieder mehrere Beispiele vorlegen, die Ihnen aufzeigen und kreativen Anreiz geben sollen, wie Sie Ihre Intros gestalten können, sodass diese peppig aussehen. Weitere tolle Animationen, Bild-in-Bild-Effekte, Ihr Gesicht auf einer Häuserwand dargestellt. Wir werden einen tollen Jahresrückblick gestalten und hier auch wieder in Form von Bild-in-Bild bzw. Video-in-Video-Effekten zusammengesetzt als Videowand arbeiten. Wie wir Bilder hervorheben, heran- und herauszoomen, Titel hinzufügen, Ränder hinzufügen und so weiter. Wir werden eine weitere Art der Videowand erstellen mit einem Hintergrundbild und auch diese kann, wenn man ein Intro erstellt, als eine Art Urlaubsrückblick erstellt werden. Ebenso anbei in diesem Volume im Zubehörordner finden Sie im PNG-Format vorliegende Wolken, die Sie ganz einfach als zusätzlichen Wolkeneffekt nutzen können, um zum Beispiel einen Titel zwischen den Wolken etwas unsichtbar durchschauen zu lassen und hier auch mit der Transparenz somit zu spielen und Ihnen weitere kreative Möglichkeiten ans Herz legen, wie Sie beispielsweise surreale Effekte, wie zum Beispiel eine surreale Stadt oder eine surreale Spiegelung an den Mann bringen können. Die einzelnen Komponenten dieser surrealen Spiegelung sowie das Aufwerten farblicher Komponenten. Dazu gehörige Titel, diese werden wir immer mal wieder in vielen Lektionen mit auf unsere Projekte anwenden, aber auch gezielt Lektionen zu titeln, werden wir Ihnen in diesem Volume präsentieren, zum Beispiel diese Fische-Animation, die wir hier sehen. Zudem haben wir für Sie eine tolle Splitscreen-Erstellung vorbereitet und wie wir ganz einfach auch wiederum mit der Maskierungsfunktion diesen Splitscreen noch einmal individuell nachbearbeiten können und zusätzliche Formen hinzufügen können. Sie sehen, einiges steht auf dem Plan. Wir sind bereit und hoffen, dass wir Sie wieder bei unserem Volume 4 begrüßen dürfen. Wir freuen uns schon auf Sie und ich warte bereits auf Sie in der ersten Lektion. Die Komponenten 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 Untertitelung des ZDF, 2020